Sie sind hier, 21. September 2018, 21 Uhr 2, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Martin Kobilanski steuerte zwei Tore zum Sieg gegen Cottbus bei Urheberrecht Getty Images nach drei Niederlagen in Serie gelingt Preußen Münster wieder ein Dreier. Martin Kobilanski stellt beim Sieg gegen Energie Cottbus die Weichen. Ausgerechnet Martin Kobilanski hat Drittligist Preußen Münster zu einem glatten Heimsieg gegen seinen langjährigen Jugendklub Energie Cottbus geführt. Beim 3 zu 0, 2 zu 0 Erfolg der Westfalen über den Aufsteiger gelang dem früheren deutschen und polnischen Junioren-Nationalspieler, der zwölf Jahre lang für Cottbus gespielt hatte, ein früher Doppelpack Dritter, Neunter. Janik Borgmann, 54., machte alles klar. Spielplan und Ergebnisse der drei. Liga Münster stoppte nach zuletzt drei Niederlagen in Folge seine Teilfahrt und kletterte auf Platz 5, verlor allerdings Simon Scherder, 87., mit gelb-roter Karte. Cottbus, das mit zwei Siegen in die Saison gestartet war und seitdem auf einen Dreier wartet, rutschte auf Rang 13 ab. Von Sportinformationsdienst